Wo andere längst das Handtuch werfen, erwacht in den Mannen von HFK Zechner der Kampfgeist. Die Forstmaschinen und Hydraulikspezialisten aus dem steirischen Niklasdorf reparieren, wo andere schon längst Teile tauschen. Das erspart ihnen bares Geld und viel Ärger. Lastkraftwagen und Baumaschinen sind in der Werkstätte von HFK Zechner besonders gut aufgehoben. Sei es ein kleiner Defekt oder eine große Reparatur, die Profis von Niklasdorf sind wahre Könner in Sachen Technik. Verlassen Sie sich auf das Geschick der erfahrenen Mechaniker. Sie werden positiv überrascht und außergewöhnlich zufrieden sein. Auch Umbauten an Ihren Maschinen führt HFK Zechner mit großem technischen Sachverstand und schlauen Lösungsansätzen durch. Forst, Kräne und Co. werden nach Mars angefertigt und passen sich so ideal Ihrer Arbeitsumgebung an. Informieren Sie sich im Internet über den steirischen Betrieb, dem auch renommierte Forstwirte wie Meier-Mellenhof vertrauen auf www.hfk-zechner.at